salon digital das ist ein erster versuch unsere formate die wir hier in der bibliothek normalerweise zeigen auch jetzt ins netz zu euch zu bringen herzlich willkommen ich hoffe es geht euch gut und ich freue mich sehr dass wir henrik spohler heute in der bibliothek zu gast haben und ihn eigentlich schon ende märz in einem salon hier vorstellen wollten das werden wir jetzt im gespräch mit ihm für euch digital nachholen henrik spohler hat ein neues buch herausgebracht hypothesis darüber wann wir sprechen und ich freue mich sehr dass er da ist henrik dein neues buch ist das fünfte buch in einer ganzen reihe was ist das besondere das neue an diesem buch die motivation für dieses neue buch vielleicht zu erklären vielleicht ratsam mal eben kurz in diesen starten zu gehen das ist hier im jahr 2000 entstanden 01 data flow und es zeigt die rückseite der informationsgesellschaft also die server farmen die das internet ermöglichen danach folgte global soul und global soul beschäftigt sich mit der rationalisierung von arbeitsplätzen in modernen industrialisierten prozessen also das was wir heute sozusagen mit industrie 4.0 kennenlernen das habe ich da im jahr 2000 bis 2008 versucht zu untersuchen dann folgt der dritte tag damit ist der dritte schöpfungstag gemeint wo der allmächtige die grünpflanze auf die erde gebracht hat aber mir geht es hier um die landschaften die der mensch durch monokulturen formt oder was für spezies entstehen eigentlich wenn der mensch selbst zum schöpfer wird und nutzpflanzen mit gentechnik herstellt also es sind jetzt schon themen die sich mit globalisierung auseinandersetzen und seit dem jahr 2000 haben wir einfach auch diese hohe dynamik in der globalisierung die dann hier dort endet das ist die visualisierung des welthandels ich bin da der absurdität nachgegangen dass man heute ein produkt bestellt und morgen hat man es direkt auf der fußmatte orte des transits unorte wie marc auger sagen würde häfen flughäfen logistikzentren schienenwege straßenwege die ich hier fotografiert habe und jetzt kommt wieder ein thema das mit technik und gesellschaft und zukunft zu tun hat und das ist hypothesis warum hypothesis in diesem buch gehe ich den fragen der naturwissenschaftlichen grundlagenforschung nach und allein dieses wort ist ja schon absolut sperrig warum fotografiere ich das in diesem kontext als fortsetzung dieser vier projekte hier gehe ich praktisch der frage nach wie sich zukunft gestaltet wie menschen zukunft gestalten und die forschung ist ja eigentlich die basis für industrialisierung die wir seit 200 jahren kennen grundlagenforschung ist nicht vernetzt mit irgendwelchen produkten wie in der angewandten forschung sondern grundlagenforschung geht dem einfachen ziel nach die welt von morgen mit neuen erkenntnissen versorgen dies ist sozusagen die suche nach dem nukleus für das perpetuum mobile für unseren fortschritt oscar wild hat ja gesagt fortschritt sind der fortschritt ist es sind realisierte utopien und diesen den ursprung dieser utopien gehe ich hier sozusagen nach das sind orte der wissenschaft und forschung wie abstrakt erstmal erscheinen man hat keine vorstellung davon und du gibst diesen orten jetzt eine visualisierung wie bist du an diese orte überhaupt gekommen war es schwer in diese technologiezentren als fotograf zu kommen ja dieses projekt hatte wirklich keinen visuellen ausgangspunkt sondern dieses projekt hat einen theoretischen ausgangspunkt dieses projekt ist wirklich für mich sozusagen als mind map erst mal entstanden dann habe ich vier kapitel definiert also das kapitel zeit raum materie und leben und diese ganz großen fragen die uns ja sicherlich als mensch auch umfassen diesen diesen fragen diesen kapitel bin ich dann nachgegangen mit einer recherche also recherche in bibliotheken recherche online ich habe insgesamt vier monate arbeitszeit täglich investiert um sicherzustellen welche forschung gibt es überhaupt zu diesen vier themen und dann auch ganz entscheidend wo habe ich als fotograf überhaupt die möglichkeit visuell zu arbeiten denn viele bereiche der forschung sind einfach so hinter black boxes versteckt oder passieren online dass man schlichtweg gar nichts zeigen kann und wie war die bereitschaft der unternehmen und technologischen zentren dich an diese orte zu lassen naja ich habe ja bei allen büchern offensichtlich schwierigkeiten erst mal zugänge zu bekommen ob es nun helfen sind ob es forschungszentren sind aber es dreht sich zunächst einmal darum glaubwürdigkeit herzustellen den forschungsinstituten zu zeigen hier gibt es einen künstlerisch arbeitenden fotografen der am ende eine publikation leisten wird in form eines buches und in form von ausstellungen und dann hat man eigentlich auch einen konsens weil seit 2017 seitdem wissenschaftler auf die straße gehen müssen im rahmen zum beispiel des marches of science um für ihre sache einzutreten also in einer zeit wo wissenschaftliche erkenntnisse auch von politischer seite negiert werden oder infrage gestellt werden da hat man natürlich letztendlich einen konsens für die wissenschaft publizität herzustellen also eigentlich das richtige buch zur richtigen zeit wir leben in zeiten wo wir doch viel stärker den meinung von wissenschaftlern und experten ja trauen trauen müssen glauben müssen aber sie bekommen eben auch ein ganz anderes gehör heute nun sind in dem buch keine menschen abgebildet sind nur die räume und trotzdem verdichten sie ja vielleicht eine gewisse wahrnehmung der welt ja also ich glaube dass all meine bücher nicht so einfach zu knacken sind weil sie ich sag mal nicht einem offensiven narrativ folgen also meine bilder sind nicht so dass man erzählerisch einsteigen kann und deshalb bei diesem ganz ganz abstrakten thema habe ich hier ein zitat von albert einstein dem buch vorangestellt der gesagt hat ich glaube an intuition und inspiration fantasie ist wichtiger als wissen und wenn man das auf dieses buch überträgt ist es auch so dass in der abstraktion dieser dieser bilder dass man dass vielleicht diese bilder auch für den betrachter erst einmal eine hypothese bleiben eine annahme bleiben weil diese bilder haben nicht den anspruch zu erklären dafür gibt es texte die jedem bild zur seite gestellt sind da hat man die möglichkeit wenn man möchte noch zu erfahren was an diesen orten die ich fotografiert habe die ja per se sehr abstrakt sind die im bild noch mal abstrakter erscheinen die aber assoziationen ermöglichen da hat man noch mal die möglichkeit also inhaltliche forschung und bild sozusagen in korrespondenz zu setzen das ist genau der weg über den ich jetzt auch noch mal sprechen möchte wie man diese bilder lesen kann wenn man die bilder erst einmal pur sieht versteht man meistens gar nichts aber man bekommt vielleicht ein interesse eine neugier um herauszufinden was man dort eigentlich sieht der text hilft einem dabei aber letztlich bleibt man natürlich sehr ratlos auch vor einigen bildern weil sie die dinge eben gar nicht erklären können weil die tatsächlichen technischen oder auch datenflüsse eben nicht sichtbar sind du hast nur aber eine spezielle bildsprache die genau dieses interesse aber dann noch mal herauskitzelt beim betrachter und das finde ich also spannend dass man eben auch gerne diese bilder anschaut und auch in ihrer kühle und ihrer distanziert hat dann doch eben ein gefühl für die orte bekommt die dort dargestellt werden wie arbeitest du vor ort was für eine kamera benutzt du und wie arbeitest du mit dem licht vor ort ich glaube ich bin einer der langweiligsten fotografen weil ich benutze einfach nur ein stativ und eine kamera und für mich ist die kamera einfach auch nur ein ein werkzeug um um wahrnehmung aufzuzeichnen das heißt also ich empfehle einfach auch den begleitenden mitarbeiterinnen und mitarbeitern der forschungsinstitute immer literatur dabei zu haben wenn der netzempfang schlecht ist weil es mit mir wahnsinnig langweilig ist also ich brauche erst mal einen rundgang zum beispiel beim zern in genf brauche es erst mal eineinhalb stunden um überhaupt diese anlagen zu sichten und dann kann ich schon relativ genau sagen was für mich interessant ist und das hat sicherlich was mit erfahrung zu tun dass ich also in diesen räumen die wenig informationen haben die wenig offenbaren dass ich mich da orientieren kann und nicht auch ich sag mal in die perspektive des betrachters hineinversetzen kann und versuche genau diesen punkt abzupassen den du beschrieben hast also auf der einen seite gibt es da die abstraktion aber auf der anderen seite gibt es da den ansatzpunkt für imagination in den bildern und also dieses auf der einen seite spannend sein auch ästhetisch bespannend sein vielleicht von die ahnung von einer wissenschaft von einem geheimnis geben und dadurch versuchen sozusagen eine annäherung an diese orte hinzubekommen ja das finde ich ganz spannend es ist genau diese gradwanderung in den bildern zwischen dokumentation und interpretation das sind ja erst einmal sehr kühle technische orte die auch menschen feindlich sind und durch deine bilder werden sie aber eben plötzlich doch wieder sinnlich wahrnehmbar erlebbar und bekommen dann wieder etwas menschliches und das macht dieses buch eigentlich so wichtig für mich das buch hypothesis wollen wir uns noch mal genauer anschauen einige bilder uns mit hendrik ansehen als hintergrund ist es ganz neu jetzt erschienen bei hartmann books hat 45 abbildungen und einige würden wir jetzt eben entsprechend noch mal genauer uns anschauen ja du hast vielleicht eine idee mit welchen bildern wir anfangen es gibt ein bild das finde ich besonders spannend weil es chaos zeigt kann man chaos abbilden und wie du im vorgespräch gesagt hast ja man kann es wenn man das bild dazu sieht versteht man glaube ich auch was ich meine ja also im kapitel materie gibt es hier dieses foto bei seinen quantensimulator max-plank-institut in münchen zeigt und ich glaube dass es das erste mal wo es mir gelungen ist mit diesem ordnungsbildenden system einer kamera wo man immer einen ausschnitt nimmt das erste mal dass mir gelungen ist chaos zu zeigen was sehen wir denn da eigentlich wir sehen hier einen sogenannten laser garten mit diesem laser garten kann man einzelne rubidium atome festsetzen die nahe des absoluten nullpunkts sich nicht mehr so stark bewegen das ist sozusagen die vorstufe zur forschung an den computern also hier könnte sozusagen der ursprung liegen für ganz neue computer kapazitäten aber das sieht eben völlig ungeordnet aus ohne dass ein produktdesigner da jetzt mal rüber gegangen wäre und eine sortierung vorgenommen hätte das stimmt weil es eben auch keiner sehen muss weil das ein prototyp ist weil es ein einmaliger ort ist es gibt ja nicht nur innenräume in dem buch sondern es gibt immer auch wieder landschaften außenräume merkwürdige nicht sofort zu erkennende landschaftsorte die sehr menschen gemacht sind so erscheint mir das manchmal und vielleicht haben wir ein beispiel dass wir uns genauer anschauen können wo ihm auch deutlich wird wie viel du gereist bist etwas was jetzt im moment ja so auch gar nicht mehr möglich wäre ja dieses bild zeigt 66 radio antennen mit einem erheblichen durchmesser von ungefähr zwölf metern im norden chiles in der atacama wüste auf 5000 metern höhe und von diesem punkt aus kann man sehr gut die kalten entfernten bereiche des universums anschauen dieses diese anlage ist zum beispiel daran beteiligt gewesen die erste aufnahme eines schwarzen loches zu generieren die bildsprache von hendrik ist ja dann doch nicht nur durch das licht ganz stark bezeichnet sondern immer auch durch seinen sehr ordnenden blick und ich finde dieses ja regal system mit objekten ja auch vielleicht ganz typisch was sehen wir dort das ist einer der ersten orte die ich besucht habe im institut marum an der universität bremen und wir haben jetzt so eine ordnende matrix wie in der bibliothek aber es gibt eben wie urs stahl das im text gesagt hat es gibt eben auch keine entsprechung in unserer erfahrungswelt wir können dieses bild nicht lesen weil wir diesen ort eigentlich noch nicht gesehen haben wenn wir nicht gerade meeresbiologe wären denn hier werden bohr kerne gezeigt sediment bohr kerne aus den tiefen des meeresbodens und hier sind insgesamt 56 kilometer meeresboden gespeichert und eine probe und jetzt blätter ich mal ein bisschen weiter eine probe zeigt den einschlag des meteoriten vor 66 millionen jahren der das gesamte leben der saurier auf der erde zum erliegen gebracht hat das wird spannend sein welche bilder wir in ein paar jahren vielleicht über das jahr 2020 dann finden das stimmt ja deine bilder werden ja von einer ganz starken abstraktion bestimmt und bei bestimmten motiven frage ich mich natürlich auch wie sie in bestimmte kategorien gekommen sind dieses bild zum beispiel ein bild das einen den betrachter erst einmal in die tiefe hineinzieht und es gehört zur gruppe der bilder aus dem rubrik leben das sehe ich da kaum was sehen wir da eigentlich ja wir sehen hier hochleistungsrechner am leibniz rechenzentrum in münchen und diese rechen kapazitäten kann man sich als wissenschaftsteam anmieten und ein team von biologen hat sich hier diese kapazitäten angemietet um errechnen zu können wann insekten eigentlich entstanden sind das heißt aufgrund der genetischen informationen von insekten wird hier ein stammbaum recherchiert über millionen von jahren und herausgekommen ist dass insekten genau zu dem zeitpunkt auf der erde entstanden sind wo auch die pflanzen entstanden sind das heißt wir haben hier nur ein bild mit rechner kapazität aber eine aufgabe dieser rechner war es sich mit der entstehung von leben mit der entstehung der insekten zu befassen nun gibt es diese ganz abstrakten bilder aber einige motive sind ja dann doch deutlich erzählerischer das ist ein gutes beispiel da sehen wir den schädel das ist ja fast philosophisch dieses bild hat man sofort ganz andere assoziationen und ich stelle mir die frage inwieweit sind die bilder arrangiert oder sind es wirklich immer gefundene situationen naja ein bild ist immer arrangiert es beginnt natürlich schon bei dem ausschnitt den man nimmt einen teil der wirklichkeit den den man als fotograf zeigt was hier zu sehen ist das ist ein schädel der in einem computertomographen steht am max-plank-institut für evolutionäre anthropologie in leipzig und die forscher gehen der frage nach wie alt die menschheit ist bisher hatte man angenommen bis vor ein paar jahren 200.000 jahre jetzt hat man rausgefunden 300.000 jahre und die 300.000 jahre alten schädel die sehen nur geringfügig anders aus als die schädel des modernen heutigen menschen das bild ist natürlich auch als titelbild ganz geeignet weil wir sehen natürlich eine auseinandersetzung zwischen technik und mensch und diese selbstbetrachtung des menschen passt für mich natürlich auch in das kapitel leben also ich meine jetzt nicht nur tiere und pflanzen sondern die selbstuntersuchung des menschen kommt relativ häufig auch in diesem kapitel vor wir fühlen es natürlich auch an shakespeare erinnert aber in hamnet dreht es sich natürlich auch um die selbstbefragung des menschen nicht um das sein und das nicht sein sondern wie handeln wir eigentlich ist das handeln das gesellschaftliche handeln eigentlich korrekt vielen dank ja dann vielen dank für eure aufmerksamkeit das war unser erster salon digital und wir werden in zukunft hoffentlich uns hier wieder sehen aber dann eben auch analog in der bibliothek in einem geselligeren rahmen als nur zu zweit hier im etwas stilleren umfeld dankeschön